Herzlich Willkommen zu diesem Video. Sie stehen jetzt kurz davor den wirklich magischen Satz im MLM oder Network Marketing zu lernen. Sie werden einen Satz lernen, der es Ihnen ermöglicht beliebig viele Menschen auf Social Media, vielleicht auch bei Direktkontakt auf der Straße bei Ihren Verwandten oder Bekannten. Sie werden den Satz lernen, der es Ihnen ermöglicht diesen ohne Ablehnung ihre Präsentation zu zeigen und zwar beliebig oft. Das klingt verrückt, es ist verrückt, wie es dazu gekommen ist und warum ich Ihnen diesen Satz jetzt zeigen möchte ist folgender. Ich habe diesen Satz von einem Networker der vor ca 35 Jahren begonnen hat mit Network Marketing er hatte vorher keine Ahnung und ja er war sehr eifrig in der Anfangsphase und hatte dann bereits nach eineinhalb Jahren keinen einzigen Vertriebspartner. Wirklich keinen einzigen. Man kann sich vorstellen wie fertig der mit den Nerven war. Er hatte nur Ablehnung, er versuchte alles was ging, aber er hat es nicht geschafft irgendjemanden von seinem Geschäft zu überzeugen. Mit dem letzten Geld das er in der Tasche hatte, kaufte er sich ein Ticket zu einem Seminar. Zu einem Training Seminar für Network Marketing und MLM. Er glaubte eigentlich schon gar nicht mehr daran, dass da etwas nützliches für ihn dabei sein würde, weil er hat schon einige Seminare durchgemacht, die mir nur Motivation brachten, die aber genauso schnell bei der ersten Absage wieder weg waren. Er hat trotzdem dieses Ticket eingelöst und ist zu diesem Seminar mehrere hundert Kilometer mit dem Auto hingefahren. Und was er dort lernte, das hat sein Leben für immer und ewig geändert. Der Sprecher bei diesem Seminar sagte nämlich folgendes. Der Unterschied zwischen Triple, Quadriple, Multi 10.000 Triple Diamond oder Blue Diamond oder je nachdem wie diese Führungspositionen in ihrem Unternehmen heißen und dem Distributor 1, also die Position in der man einsteigt, ist folgender. Nämlich nur der, dass diese Leute andere Dinge sagen. Nämlich die richtigen Dinge. Und hier geht es nicht darum, die Vorteile ihres Unternehmens aufzuzählen, denn das schätze ich mal werden sie ja auch bis jetzt immer gemacht haben mit relativ wenig Erfolg. Nein, es geht um ganz andere Dinge. Um psychologische Wörter, die den Menschen keine Ablehnung hervorrufen, die relativ natürlich sind, aber den Geist öffnen und eben gewisse Mechanismen auslösen, die einen offen machen für Geschäftsgelegenheiten oder interessante Dinge. Es gibt gewisse Wörter, die man sagen kann, wirklich sehr, sehr gut ankommen. Und als er diese Wörter zu gebrauchen begann, dieser Netwerker, hatte er nach zwei Monaten ein Vollzeiteinkommen in seinem MLM oder Network Marketing Unternehmen. Nach zwei Monaten ein Vollzeiteinkommen vorher hatte er nach eineinhalb Jahren keinen einzigen Vertriebspartner. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat diesen Satz in einem Seminar in Amerika erklärt. Diesen gibt es nicht zu kaufen, dieses Seminar. Ich habe das durch Zufall gesehen. Es gibt auch kein kaufbares Produkt meines Wissens, wo dieser Satz je erklärt wurde oder geschildert wurde. Und darum möchte ich Ihnen diesen Satz jetzt näher bringen. Ich habe den selber ausprobiert. Nicht nur im Network Marketing, sondern auch in meinem Hauptjob. Ich bin Versicherungsvertreter. Ich konnte beim ersten Mal, als ich diesen Satz verwendet habe, gleich bei einer völlig fremden Person einen tollen Versicherungsvertrag abschließen. Ich war völlig außer mir. Ich konnte es gar nicht glauben, dass es so einfach war. Aber dieser Satz hat einfach diese Psychologie im Hintergrund. Und man kann diesen Satz eben nicht nur für Network Marketing anwenden. Nein. Für alles für den gesamten Direktvertrieb oder weil man jemanden anderen irgendetwas gerne näher bringen möchte. Dieser Satz wirkt. Und weil Sie sich jetzt gleich hier unten eintragen mit Ihrem Namen und E-Mail Adresse bzw. wenn Sie jetzt auf YouTube sind, dann klicken Sie bitte einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Dann kommen Sie auf diese Seite, wo Sie sich eintragen können. Dann erfahren Sie von mir in einem sehr, sehr umfangreichen Video diese einzelnen Facetten dieses Satzes, vor allem wie Sie ihn für Ihr eigenes Geschäft anwenden können. Und ich erkläre es ganz genau, wie das wirkt und warum es wirkt. Und dann können Sie loslegen. Sie können diesen Satz auf Social Media verwenden. Ich habe die Schnauze voll von solchen Networkern, die mir beinahe täglich einfach den Link rein spammen, bei mir in den Nachrichten und so mit irgendeiner Meldung. Wir sind ja schon so lange auf Facebook befreundet. Guck mal, das ist jetzt die beste Geschäftsmöglichkeit, ist eben als Gabe und dann einen Link drunter. Diese Scheiße funktioniert nicht. Ich habe Satz solche Nachrichten zu bekommen. Darum diesen Satz kann man überall verwenden. Entweder Direktansprache oder auf Social Media. Der funktioniert einfach klasse. Darum tragen Sie sich jetzt bitte hier unten mit Namen und E-Mail Adresse ein und ich sende Ihnen sofort per E-Mail das Video zu, wo ich genau erkläre, wie dieser Satz funktioniert. Also jetzt hier eintragen und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video.